Ja, liebe YouTube-Freunde, da seht ihr im Bauerhaus. Ich hatte keinen Unfall. Ich musste da zum Hautarzt. Hier oben waren dunkle Flecken. Sonne, 30 Jahre Landwirt. 30 Jahre in der Sonne. Und hier ist ein Stück rausgeschnitten, wird eingeschickt, verdacht auf Haltkrebs. Und hier war etwas, aber das ist sehr wahrscheinlich auch gutartig. Und hier weiss man nicht. Und diese Seite sieht man auch schon, was so geht es nach 30 Jahren an der Sonne.